So, welche fucking Taste, ach da, ähm, willkommen zurück zu, ähm, wie heißt das Ding hier nochmal, CSGO und wir sind, ähm, ganz lustig dabei, ähm, Zeus, ne, danke, ähm, wir sind wieder dabei, der Jonas ist auch dabei, der ist nur gerade irgendwie am Telefon nokeln oder so und, ähm, ich kann sein, dass sich die Grafikeinstellungen zurückgesetzt haben oder so, sieht irgendwie ein bisschen anders aus als sonst. Ähm, ich muss hier wild moderieren, weil der Jonas ist gerade nicht dabei, der ist irgendwie am, ach, habe ich gerade schon gesagt, ähm, doch, man hört dich, also man hört dich ganz leise, du könntest dich lauter machen in das Gegend, ne, so, der redet irgendwie einer, Funk, Molotow Wunderwärts, oh, 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 hier ist, äh, Grillparty oder so, ähm, ach, der nimmt, stimmt, der nimmt ja automatisch immer die, 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 die bessere Wasser auf. Ja, die Zweitwaffe, ne, ne, was habe ich denn jetzt gemacht, achso, ich kann mich nicht mehr lauter stellen, du musst mich lauter stellen. Okay, kann man sich gleich mal lauter stellen, muss ich zwischen den Folgen mal raustabben, hallo, bist du gleich? Oh, das war schlecht? Ja. Sagt der, der schon zugucken kann, weil er schon tot ist, ne, ja, ja. Hä, ich habe gar nicht mitgemacht, weil ich ja gerade gucken muss, ob ich mich lauter stellen kann, weil der Professor so gut aufnehmen kann. Der Professor kann auch gut aufnehmen, Junge. Alter, was machst du da? Corona! Ja? Hör auf! Mein Spiel dazu, ich habe. Du bist echt gut, also man merkt, wir spielen hier mit Profis, ähm, was nehmen wir denn wieder? Die UMP, würde ich sagen. Nee. Dazu eine, der hat Igel und Kevlar und Helm, können wir uns nicht leisten, weil wir arme Schlucker sind. Hey, du hast von Anfang an Kevlar und Teng. Kevlar und Teng? Ja, hast du. Das sind Kevlar und Teng, unsere Freunde. Hey, ich habe Helm gesagt. Kevlar und... Ah! Kevlar und da? Fuck. Mom! Ich bitte übrigens zur Entschuldigung, dass ich Husten habe. Warum hast du Husten? Weil ich krank bin. Ich bin sowas von krank. Ich fahre wilde Achterbahnfahrten mit dieser Kamera. Whee! Der neue Trabant 601 in originellem Design. Kaufen sie ihn sich noch heute. Und fahren sie ein Auto, wie jeder andere auch. Hier noch einmal die Fahrerperspektive. In einer wunderschönen gestalteten Sitzbank. Unterwäsche drauf. Und nur zwei Gaspedale. Denn... Äh, zwei Pedale. Denn, äh... Amerika kennt es nicht anders. Nein. Sie kennen nur... Automatik. So. Wir wollten, ähm... UMG. Ähm... Und... 1 Toys. Granaten kann ich noch nehmen. Wieso kann ich nicht einfach alles kaufen? Mache ich auch. So. Ähm... Ich wollte schießen. Alter, was schießt der hier so? Ist doch kein Kriegsspiel hier! Ich muss den Bildschirm näher ranholen. Ich seh gar nicht so. Jona, sag doch mal was! Alter! Ich kacke hier gerade total ab. Und was ist mit dir? Jona! Scheiße! Unser Kollege. Er hat... Das Spiel verlassen. Ich werde kurz raustabben, um ihn wieder reinzuholen. Bis gleich. Paul! Geri Schlürmann. Hallo. Alter, immer dieses scheiß... Zeus Ding! Hey, da ist einer gestorbt. Ist einer gestorbt? Auf, IP! Nein, ich hab den nicht aufgenommen. Gegner! Nachladen! Oh, der bewegt sich ja echt schnell, wenn man kriecht. Da kommt er fast vorwärts. Kann man eigentlich zur Seite gucken? Nee, ne? Du nicht. Du auch nicht! Doch, indem du deine Maus drehst, kannst du zur Seite gucken. Junge, da sitzt der scheiß Typ da hinter der Kiste. Da sitzt ein scheiß Typ hinter dieser scheiß Tür. Scheiße! Ich hab verkackt. Scheiße! Ich hab sowas von verkackt. Und dieser Wichser hier hat mich umgebracht. Nee, 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 nee. Dieser scheiß Guldtaker spielt mit einer verfickten Autosniper. Benutze bitte mal hier nicht so Kraftausdrücke, mein Sohn. Nee. Der wundertolle, nette Skulltaker nutzt eine wunderschöne, sehr nette, skälige Autosniper. Eine anmutende, von graziöser, ähm... Herkunft. Herkunft. Dann nehm ich jetzt einfach mal ein Gewehr, damit ich mich auch mal gewähren kann, ne? Boah, hör bitte auf mit den... Man muss sich ja auch mal gewähren, ne? Die sieht gut aus. Du bist du. Ich kenn die nicht, aber die sieht gut aus. Soll ich dir mal ne coole Waffe zeigen? Gib mir mal deine, Diggel, ich geb dir meine. Nee. Doch, meine hat ein... ...n Muster, dann kannst du dir die mal angucken, wie schön die ist. Darf ich die denn runter? Kuh. Kuh? Oh, Kuh. Nice, cool, die behalte ich. Cool, ne? Und F kannst du dir die angucken. Mach ich doch schon, du Spasti. Schön, ne? Seefernrohr. Ah, fuck! Immer dieser Typ mit dem Pilz auf dem Kopf. Immer dieser scheiß Pilzmann. Wie heißt der nochmal? Todd. Todd mit dem langen Rohr. Was hat der... Wie heißt der? Also, was hat der hier für einen Namen? Oh, Mann! Sieht man natürlich nicht. Nee, kein Problem. Oh, die schießen mich ab. Ja, mich auch. Das ist nicht nett. Welche Taste ist die, wo man dasselbe kaufen kann wie vorher? F3. Ja, wo... Nein! Doch, und wenn du nicht genug Geld hast, kauf dir was anderes. Ja, toll. Dankeschön. Jetzt hab ich eine AK-47. Ja, gib mir die. Wo bist du denn? Ich bin... ...längst lang gelaufen. Siehst du noch am Spawn? Ja. Willst du wieder die Deagle haben? Ja. Hier, da liegt die AK. Da liegt der Deagle. Und da liegt noch eine Waffe. Hey, ich kann mit Kuh die Waffe nicht wegschmeißen. Doch. Nee, der... Dann geht's mit der Waffe, die da liegt, und drück E. Spastig. Meereschaum! Wunderschön, ne? Oh, Junge! Schieß mich doch nicht immer ab! Asozial! Ja, richtig. So, das ist sozial. Start. Alter... Wow! Nee! Nee! Kein Problem! Deine Mama ist ein Problem! Ach, guck mal, da rede ich ja! Jetzt kauft er schon wieder die AK. Ist das ein Wichser? Kann ich hier mal gerade... Ähm... Optionen. Controller. Ähm... Tasten... Ach, die Tasten sind alle gar nicht belegt. Das ist super. Ähm... Springen, ducken, benutzen. Letzte Waffe... Kann ich nicht finden. Wichser. Das ist da die Maus? Ach, da. Ähm... Ja, natürlich nicht mit Controller, ne? Ach, stimmt. Hast recht. Nächste Waffe, letzte Funktion. Kommen wir in Kaufmenü. Erneut kaufen. F4, du Spast... Ach, stimmt dir denn nicht! F4, du Spasti! Nicht F3! F3 ist automatisch irgendwas kaufen! F4 ist erneut kaufen! Ich drücke mal F3 und der kauft mir was. Der kauft dir einen Scheiß! Lebst du noch? Nein! Wegen deinen Scheiß-Tipps! Du hast doch gar nichts gemacht in der Runde, oder? Ja! Ich hab einen! Einen Kill habe ich gemacht und deswegen bin ich noch über dir. Ja, ich hab einen Assist. So, jetzt kaufe ich mal schön ein. Gewehre. Das da. Pistolen. Die da. Ausrüstung. Nee. Granaten. Die da. Die da. Den da. E90! E90! Verwinn! Ach, damit kann man ja gar nicht so weit zielen. Das ist ja voll für'n Arsch. Oh, Junge! Schießt mich doch nicht immer ab! Ich mag die Leute nicht. So, ich bin erstmal hier der Sniper-Junge. Oh. Da hast du ja wahrscheinlich die Luftpumpe gekauft, ne? Team Kameraden sollten niemals durch eigene Waffen ersetzt, äh, 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 ne? Ja, und so. Weiß Bescheid. Nicht auf, nicht auf Waffen. Ah! Schießen. Warum machen die denn alle One-Shot-Kills? Ja, weil die AWP One-Shot-Kills gibt. AWP? Dafür kostet die auch fast 5.000. Die AWP. 4.700 irgendwas. Mit ihrem langen Rohr. Ja, genau. Unser letzter steht da irgendwo. Unsere letzten drei stehen da oben. Nur ein Ossi-Fahrzeug ist natürlich. Freaks! Deine Moschee! Glas. Gut, dass die alle so gut sind in unserem Team. Impressionen aus der globalen Offensive. Guter Stefan. Hallo, 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 hallo. So. F4. Ich kann mir nicht leisten, deswegen komm ich mir die Waffen nicht kaufen! Deswegen muss ich mir jetzt eine UMP kaufen. Ja, du hast die Waffe doch. Nein, du hast die Waffe doch. Oh nein, du bist die. Oh, du bist tot. Ah, deine Mama ist tot. Ich trau mich nicht. Mama, wo sind die Gegner? Ah, links, 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 links ist einer. Wuh! Ja, ich hab einen mit der Digga gekillt. Missgeburt. Nein! Akku leer! Aber ich hab einen mit der Digga gekillt. Ich nicht. Ich schon. Ich bin immer noch nicht vor dir. Ja, jetzt sind wir gleich stand, ne? So ein bisschen. Ja. Ähm, Gary und Los sind beide 1-1. Aber ich hab neun Deaths und du hast sieben Deaths. Also bin ich besser als du. Nein. Ja, aber ich bin trotzdem über die im Ranking. Ja, weil der Name mit L anfängt und meiner mit G. Genau, du für das. Deswegen ist auch D da unten, ne? Ja, ja. Ja, der ist ja auch schlechter als wir. Oh, vorbei. Operation Breakout, Waffenkiste. So, was spielen wir denn? Schnell machen wir nochmal die gleichen Map. Hier wollen irgendwelche Leute ihre komischen... Ja, ja. Hau, was in den Chat zu sagen. Mano. Immer wenn ich was sagen will, hört dieser Chat auf. Und die Welt wird neu geladen. Das macht mich traurig. Ich will zu Antiterroristen. 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 Bist du so Anti? Ein richtiger Anti-Typ. AWP kann ich mir doch kaufen. Das ist doch super. Nein. Das ist noch Aufwärmphase. Ach so. Ach, aber toll. Gut, dass hier die ganze Stunde in Waffenkaufen verbracht hat. Toll. Ui, toll. Blankgranate scheiße. Falscher Kauf. Ist mir egal. Ist mir egal. Ist mir egal. Ist mir egal. Keine Ahnung. Ist mir egal. Ich kann mit der Buzile. Ist mir auch egal. Ist das ein Freund? Ist mir egal. Ist mir egal. Ich schieß trotzdem drauf. Ist mir egal. Man. Ich tue so überhaupt gar nichts. Die ganze Zeit mache ich nichts. Und es ist einfach so scheiße. Habe ich eigentlich eine Bombe oder so? Ne, ne. Ich habe keine Bombe. Ne, du hast keine Bombe. Das wäre es ja jetzt auch noch. Wenn ich noch die Bombe hätte, dann hätte ich die jetzt schön Pflanzen. Aber du hast eine Blendgranate, ne? Hast du dir die gekauft? Ja, ich habe mir die Blendgranate gekauft. Aus Versehen. Natürlich aus Versehen. Guck dir erstmal die Waffe nach. Jona, ganz zufällig lebe ich noch im Gegensatz zu dir. Ganz zufällig lebe doch nur noch ein bisschen. Ganz zufällig ist da ein Wasserhahn. Ganz zufällig machst du einfach in der Runde nichts und guckst dir einfach die Sachen, die auf den Boden liegen. Ganz zufällig schmeißt er hier gerade mit Dingen. So. Jetzt geht es nämlich erst richtig los. Zack, Granat. Explosiv Granat. So, mal gucken, wie weit wir kommen mit diesem Gerät. Ja, ich habe jetzt gerade erfolgreich verkackt schon, weil da ist nämlich gerade schon einer hergelaufen. Im Besten nichts Neues, ne? Zack. Wird man eigentlich hier irgendwie markiert, wenn man, ähm, wenn man kämmt? Ja, ne? Wenn man irgendwie 30 Sekunden an der gleichen Stelle bleibt. Nein! Fuck! Fuck! Gott, der ist weg. Der ist in der Waffe. Ja! Gut so! Lob, Eigenlob! Und schon wieder der Pilzkopf. Oh, die sind alle Pilzköpfe. Diese scheiß Pilzköpfe. Eskudo heißt er aber. Eskudo. Das ist Udo. Udo. Udo rennt mit seinem Tacker durch die Karte. Er wechselt zum Heizungsrohr. Mit dem Heizungsrohr. Jetzt wieder der Tacker. Es ist ein pneumatischer Tacker. Es ist unglaublich. Unser Kollege hat spastische Störungen und steht die ganze Zeit an einer Stelle. Ähm, wir holen uns natürlich wieder das exakt selbe. Denn, äh, hiermit sind wir fast gelungen durch die Map gekommen. Ich habe nur, genau, das möchte ich allerdings noch was ändern. Ähm, eine Kostole. Eine Desert Eagle. Richtig. Sehr gut erkannt. Der soll mal die Presse halten. So, da brummert es irgendwie ein bisschen bei denen. Ich sehe nichts. Ist mir egal. Fick die Henne. Ist mir egal. Alter! Alter, Alter! Uh, ich bin ein Sniper. Ich laufe rum und er schießt Leute. Das ist ein Team, ne? Nur noch eine Schnellschusswaffe, die da vor dir liegt. Ne, ich will der Sniper sein. Uh, 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 uh. Schnell, 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 schnell. Ich kann dich ja mal ghosten. Ghosten? CS Ghost? Terroristen gewinnen. Ja, genau. Terroristen gewinnen. Natürlich wieder. Wie soll es auch anders sein? Wir sind einfach die Besten. Wir waren die Besten. Wir sind die Besten. Und... Wir werden immer die Besten. Wir sind die Lustigsten. So. Das sind drei Zeitformen. Vergangenheit, Zukunft und übermorgen. Da ist eine Leiter, da kommt man aber nicht hoch. Ah! Alter... Da ist ja einer. Ich hab' den getroffen. Komm doch her, du Junge. Komm doch her, du. Oh, diese scheiß AWP-Nus. Sag, ich bin so schlecht. Ich treff noch nicht mal den Typen. Hallo? Nein! Scheiße! 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 Wie lange dauert nochmal so eine Runde? Bis es einer auch hat. Ein Team. Und wie lange steht's? 3-0 Scheiße. Ja gut, dann würde ich sagen, mach ich mal gerade ein Folgen-Präuschen, ne? Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder hier in derselben Runde immer noch. Schade, dass ich jetzt immer so Schneide muss zwischen denen, aber manchmal geht's nicht anders, ne? Dann müssen wir mal gucken, ob wir das nächste Mal noch machen können. Bis nachher! Tschüss!